So, Tag auch. Wir sind wieder da. Lurico, sag mal Moin. Sehr gut. So, Neustart in zwölf Minuten. Ja, also wird es heute eine relativ kürzere Folge sein. Eine zwölfminütige Folge. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange der Neustart dann da... Also, wie lange es dauern wird, bis der Neustart dann fertig ist. Bis wir dann weiterspielen können, by the way. Achso, das war eine Spinne. Spinne brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt hier irgendwie den Pfad hoch. Kann das sein? Ja. Hier muss jetzt irgendwo ein Pfad sein, den wir hoch müssen, damit wir den Kopf kriegen können. Wenigstens das werde ich diese Folge noch schaffen. Da ist er. Oh, 25. 25. Arschlecken. Gut, das müssen wir jetzt vorsichtig und langsam machen. Komm mal her, Kira. Nur mal wegziehen von der Treppe. Nicht, dass wir auf dumme Gedanken kommen. So. Okay. Oh, 25. Scheiß die Wand an. Jetzt, wo ich diese Stelle sehe, kann ich mich auch an die Stelle wieder erinnern, wie oft ich hier abgekriegt bin. Damals. Selbst zu der, äh, na, also, ich hab ja schon mal eine Zeit lang gequestet, nur nicht das Startgebiet der Nachtelfen. Also, hier war ich schon mal des Öfteren und ich, was heißt des Öfteren, also, ein, zweimal oder so. Und, oh, hier hab ich hier, ich hab gekotzt hier regelmäßig. Furchtbar war diese Stelle. So, vor allen Dingen, weil der Schamane da jetzt rumläuft und ich eigentlich, aah, wir müssen zuerst auf den Kleinen los, dann auf den Großen. Dann kriegen wir das Händen, ja. So, jetzt. Daumen drücken. Daumen drücken. Ha. Voll erwischt. Geil. Seidenstoff mitnehmen. Super. So. Können wir hier direkt durchmarschieren und dann noch Elones Trainer holen? Wäre natürlich ziemlich geil, ne? Wollen wir mal kurz einen Screenshot machen hier von dir, du Arschloch. So, warte. Danke. Weitermachen. Ja. Ja. Ist total leer, sehr gut. noch neun minuten da müssen wir uns jetzt beeilen oh scheiße schon wieder schritte anleitung seite zwei kapitel 1 1 bis 4 kapitel 1 das war so ein riesenbeschissener hype ich habe den bis heute nicht gerafft aber naja ok so kira geht gerade auf rest ok jetzt noch kurz karte gucken sie aber schon wieder so dicht an dicht hier rumlaufen müssen das ja furchtbar hier auch die spinne die ist viel zu weit die sich viel zu weit oben in der ecke das geht gar nicht das finde ich nicht in ordnung guck allein schon weil sie das jetzt hier kann das ist das ist ein no go ok komm mit so 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 Was flutte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch 6 Minuten Hier rauf, hier rauf, hier rauf Oh Gott, den auch noch Da hinten, huh? Okay Gut, und weg Und weg, komm, komm, komm Kira, komm So, in 4 Minuten schaffen wir das, glaube ich, nicht zurück Oder doch schaffen wir das? Ich glaube eher nicht Mal auf Passiv stellen Wenn wir den Topo anschmeißen, schaffen wir das vielleicht Aber Wir haben nämlich ein Problem, dass wir hier vor dem Vor dem Gebirge stehen Und dann hier runter Müssten Hier am Gebirge Na, komm Jetzt hängt der Okay, gut, das sieht gut aus 3 Minuten 30, ja gut, das schaffen wir Das schaffen wir Vielleicht aber auch nicht Ich weiß es nicht 3 Minuten 15 Jetzt kommt auch das Wasser dazwischen Natürlich Aber das ist der kürzeste Weg Weil sonst hätte ich jetzt hier einmal außen rumlaufen müssen Und dann über die Brücke rüber Äh, nein So, komm, gib Hackengas, gib Hackengas Danke Gut übrigens, dass wir dann hier echt keine Instanzen in der letzten Folge gelaufen sind Jetzt hätten wir echt ein Problem Friede sein mit euch So, ich hab die Träne dabei Äh, Träne Ähm Geht grad nicht, weil der Typ sie da angeschnackt hat Ah, danke auch Ach, jetzt geht's wieder 2 Minuten 30 So Quest beenden 2 Minuten Komm, komm, seh zu Mach hin Noch eine Quest So Hier noch eine Quest abgeben 2 Minuten Rest Ähm Hopp Auswahl Sehr gut Danke Auf Wiedersehen 94% Äh, kacke Hallo So So, das kann weg, das kann weg Zerrissener Bärenpelz Ich glaub, den brauchen wir nicht Hier, das schmeiß ich auch mal weg Ich, also, nee, komm, hör mir auf Bloß raus damit mit dem Scheiß So, eine Minute 30 Die Zeit nutze ich nochmal im Fix Ohm Ähm Wo ist es Leichtes Leder Funktioniert nicht Ist okay Ähm Das wird natürlich jetzt nichts mit Speise und Trank Ja Hm Hier du viel Nee, du auch nicht Hm Eine Minute 15 Gastwirt hat's auch nicht Ich weiß, wo ich hin muss Aber der Weg ist, glaube ich, ein bisschen zu weit Deswegen, pass auf Wir warten jetzt hier einfach mal Diese eine Minute ab So, eine Minute Rest 45 Sekunden Oh Oh, guck mal hier Äh Ein Pet Eine Katze Die heißt Socke Gefällt mir Ist sehr kreativ 30 Sekunden Achso, übrigens, das war Ne, hier Das bin ich hier mit dem Mit der Hand So, oder Händen 15 Sekunden Kommt es nicht in 10 Sekunden Nein, kommt nicht in 10 Sekunden Rhythmus Okay, so, wir sind raus Keine Ahnung, wie lange jetzt dieser Neustart dauert Ich kann es ja mal kurz versuchen Warte mal Das war aus Spaß an der Freude Ah, gut Der ist offline Der Server ist momentan offline Das heißt, wir machen dann hier einen Break Ja, 12 Minuten 40 Sekunden Bis jetzt Ist okay Kein Stress Alles gut Äh, ja In diesem Sinne Dankeschön fürs zu gucken Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin sollte dann auch wirklich der Server laufen Also Macht's gut Äh Und versucht es besser zu machen als ich Tschüss Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder